Es ist kalt und eine Schneedecke liegt über den Garten. Die Bodenaufbereitungsmaßnahmen sind ja abgeschlossen, der Garten ist auch winterfest. Nun kann man im Garten jetzt bei dem Wetter nicht viel machen. Nun heißt es wohl bis zum Frühjahr warten, oder? Nein, ich werde auf keinen Fall bis zum Frühjahr warten und ich weiß für den ein oder anderen wird es schon viel zu früh sein, jetzt schon mit der Voranzucht zu beginnen, aber ich mache das beruflich. Bei mir ist es wieder eine ganz andere Geschichte. Von daher werde ich in dem Video dir zeigen, welche 17 Pflanzen du im Januar schon vorziehen kannst. Ich beginne meine Voranzucht genauso wie letztes Jahr um die Weihnachtszeit herum und ich werde Paprika, Chilis und Aubergine aussehen. Für Salis kann man da auch noch mit dazu nehmen, einfach aus dem Grund, weil diese vier Kulturen, die ich euch jetzt gerade genannt habe, eine sehr lange Keimdauer unter anderem brauchen und auch eine sehr lange Wachstumszeit haben und das ist auch ein Hauptgrund, warum ich jetzt schon mit den Kulturen anfange mit der Aussaat. Einfach damit ich halt jetzt dann später im Sommer, Frühjahr und auch mehr ernten kann, damit ich das zum Beispiel verkaufen kann. Für die Voranzucht nehme ich mir einen großen Untersetzer und dort tue ich Plastikschalen rein. Die Plastikschalen werden einige von euch kennen, kennt man im Supermarkt, zum Beispiel wenn Tomaten drin sind, 1 Kilo Pack oder auch zum Beispiel Karkis 1 Kilo, weil es ja jetzt gerade Saison ist, die haben unten Löcher, kann man dann wunderbar von unten gießen und dort werde ich meine eigene Komposterde abfüllen. Diese Komposterde werde ich auch höchstens mit Sand vermischen, mehr nicht. Ich möchte sie auch nicht abkochen, wie das die meisten machen, also sie sterilisieren, einfach aus dem Grund, weil ich halt das Leben und die Bakterien im Kompost auch mit dabei haben möchte, beziehungsweise weil es auch die Grundlage bei mir draußen auch im Garten ist und diese Jungpflanzen sollen sich auch dran gewöhnen und ich werde es auch so machen, dass ich halt auch schusseffektive Mikroorganismen auf die Saat und dann auch auf die Pflanzen geben werden, damit die schon mal in Kontakt mit dem Leben kommen. Hier kann ich nur das Buch von Herwin Power Asher empfehlen, findet ihr unten zum Beispiel bei meiner Literaturverzeichnis in der Videobeschreibung verlinkt. Dieses Buch kann ich auch nur jedem empfehlen, ist wirklich eine Erleuchtung. Zumal ich auch mit meiner eigenen Komposterde viel bessere Erfahrungen gemacht hatte als mit so einer sterilen Anzuchterde. In jede Schale kommt dann bei mir genau eine Sorte rein und die werde ich dann breitwürfig ausbreiten, so 10, 20, 30 Samen, damit ich die dann auch später pikieren kann. Ist für mich einfacher als bei Quickpots, was ich letztes Jahr gemacht habe. Kann jeder machen, der zum Beispiel das jetzt als Hobby zum Beispiel macht, da kann man einfach einen Samen auf einen Quickpot drauf machen. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung auch meinen Quickpot verlinken, den habe ich auch. Vielleicht kommt er auch zum Einsatz, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls da einen Samen kann man dann viel einfacher raushebeln und dann zum Beispiel umsetzen oder dabei die Wurzeln zu verletzen. Aber ich werde es halt mit dieser breitwürfigen Methode machen, damit ich dann jetzt schon am Anfang nicht so viel Aufwand habe. Einfach aussehen und dann, wenn sie groß genug sind, pikieren. Bei der Keimung ist natürlich, dass die Erde konstant feucht bleibt und dass auch die Wärme gewährleistet werden. Die vier Kulturen zum Beispiel sind mehr tropische Gewächse und brauchen halt so eine Keimtemperatur von circa 20 bis 25 Grad. Das ist das Optimalste. Viele nutzen dafür zum Beispiel eine Wärmematte zur Unterstützung. Nach der Keimung solltet ihr natürlich auch Folgendes beachten und zwar nämlich das Wärme- und Lichtverhältnis. Im Januar und im Februar sind die Tage noch nicht so lang. Das Licht ist auch nicht optimal dafür. Das heißt, die Pflanzen werden bei euch dann in den Geilwuchs gehen. Das heißt, sie suchen nach Licht und werden dann richtig lang und haben dann keine kräftigen Wurzeln und sind einfach nur schwache Pflanzen. Von daher nutze ich auch LED-Lampen, wie immer. Jetzt zu der Zeit mit der Energiekosten natürlich auch ein teures Spiel. Muss aber jeder für sich selber wissen. Und das heißt, je wärmer der Ort bei euch ist, also 20 bis 25 Grad, desto mehr Licht benötigt ihr. Wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein kühles Wintergewächshaus habt oder Wintergarten, dann könnt ihr auch die da reinstellen, wenn es da so 10 bis 15 Grad zum Beispiel sind. Dann werden sie etwas kräftiger bilden, mehr Wurzeln. Das ist natürlich auch sehr von Vorteil. Wachsen zwar nicht ganz so schnell, aber wenn es dann wärmer ist, bekommen sie einen richtigen Schub, werden schön groß. Aber wenn ihr jetzt nicht auf LED-Lampen zugreifen möchtet, dann ist das halt die andere Alternative. Also entweder je wärmer es ist, desto mehr Licht und je kühler es ist, desto weniger Licht. Wichtig nach der Keimung ist das richtige Gießverhältnis. Also ich werde es so machen, dass ich die Pflanzen von unten her gießen möchte. Einfach in die Schale rein das Wasser, damit die Wurzeln sich nach unten ausdehnen. Ein schönes Wurzelwerk zum Beispiel ausbilden. Und dann schaue ich halt, dass die Erde immer komplett abtrocknet und ich dann sehe, okay, die Pflanzen brauchen jetzt Wasser, damit ich die Traumgefahr zum Beispiel vermeide und jetzt nicht unnötig Nematoden gießen muss. Jetzt kommen noch Kulturen, die es nicht ganz so warm benötigen. Da ist es auch zum Beispiel so, dass es hier die Keimung bei ungefähr 15 bis 18 Grad ausreichend ist. Und darunter zählen zum Beispiel Zwiebeln, Lauchzwiebeln, der Sommerlauch, Wintersalate, wie zum Beispiel die Sorte Barcule. Die kann man dann auch später ins Gewächshaus reintun. Beziehungsweise im Folientunnel dann schon im Februar habe ich zum Beispiel gemacht. Salat ist zum Beispiel ein Lichtkeimer, da muss man nur eine Prise Erde obendrauf auf den Saatgut machen. Dann Kohlrabi, frühen Blumenkohl, frühen Wirsing, rote Beete und dann auch wieder etwas Kulturen, die es etwas wärmer benötigen. Petersilie und Basilikum, einfach aus dem Grund jetzt schon mit der Voranzucht, weil die Kräuter etwas länger brauchen mit dem Wachstum. Und da hat man dann schon etwas größere Pflanzen, die man dann zum Beispiel im April oder im Mai dann raussetzen kann. Da hat man auch zum Beispiel mehr von der Ernte. Sellerie ist auch so eine Kultur, die ich jetzt auch schon im Januar anfange auszusehen. Habe ich für mich selber herausgefunden nach Jahren der Ausprobieren, weil die halt auch sehr lange zum Wachstum benötigen. Auch sehr lange zur Keimung nach meiner Erfahrung. Und von daher werde ich es auch hier so handhaben, dass ich die jetzt schon im Januar aussehe, damit ich dann rechtzeitig starke Pflanzen dann habe. Ist halt ein bisschen größerer Aufwand auch mit dem Pekieren und mit dem Platz. Wie gesagt, muss jeder für sich selber wissen. Das sind jetzt nur die Informationen, die ich auch gebe und meine Erfahrungen. Genauso wie wenn es jetzt etwas tropischer werden soll. Die beliebten Sachen wie Ingwer und Kurkuma kann man jetzt auch schon anfangen mit dem Vorkeim. Habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Werde ich euch auch oben in der Infobeschreibung verlinken, beziehungsweise auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Und da einfach schauen, dass ihr da auch schon rechtzeitig euch Knollen raussucht, die ihr zur Keimung bringt. Damit ihr da auch rechtzeitig große Pflanzen habt, weil die halt auch eine Kulturzeit von einem Jahr benötigen. Und dass ihr da jetzt schon rechtzeitig im November dann eine schöne Ernte vom Frost dann einfahren könnt. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich freue mich schon auf die Voranzucht. Ich habe hier eine Mörderauswahl. Da findet ihr auch alles unten in meiner Saatgutliste. Tomaten, Paprika, Chili, Auberginen, Gurken, Kürbis. Alles mögliche für eure Selbstversorgung und Permakultur. Ist auch unten verlinkt. Schaut auch gerne dort vorbei auf meiner Saatgutliste. Ist jetzt aktualisiert für das Jahr 2023. Saatgutliste findet ihr auch in den Kommentaren gepinnt. Und auch auf meiner Webseite. Schaut auch gerne dort vorbei. Bietet Permakulturkurse an. Bietet Produkte an von meinem Permakulturprojekt. Coachings, alles mögliche auch da gerne vorbeischauen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Wiesprojekt. Bis dahin. Ciao.